Niralambhanasana, wörtlich die nicht unterstützte Stellung, ist die Stellung für die Erfahrung der vollständigen Unbedingtheit und man könnte auch sagen die Stellung zur Erreichung des höchsten Bewusstseins. So großartig der Name ist, so einfach ist sie. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Auf dem Bauch liegend gibt die Ellbogen auf den Boden und die Hände unter das Kinn. Und das ist jetzt schon Niralambhanasana, eine der Stellung, die in manchen der klassischen Texte beschrieben wird. www.oves.info